Ich steck in deinem Gehirn. Katja? Es ist drin hier, du willst es nicht rauslassen. Dann kommt es. Dann ist es draußen. Es ist draußen, du öffnest dich der Welt, deiner Wahrheit, deinem ganzen Seil. Jetzt kommt es noch hin. Es kommt. Ich fühle es. Es kommt. Es ist gleich da. Es ist da. Er will den Büroklammer anlesen. Es ist da. Pass auf. Die Büroklammer ist verbogen. Warum ist es verbogen? Keine Büroklammer. Seine Hektklammer. Seine Hektklammer. Die ist verbogen. Was heißt das? Was heißt das für dich? Für dich heißt das folgendes. Deine Offenheit, wo du missbraucht. Deine Offenheit. Deine Offenheit. Verhopenheit. Deine Offenheit. Deine Offenheit. Deine Offenheit.